Mein Name ist Lars Petersen, ich bin der Vorsitzende vom Kunst- und Kulturkreis in Damme und ich berichte jetzt ein bisschen zur LED-Wand. Die Maßgabe war, dass wir ein Banner, ein statisches Banner hatten, was gerne mehrfach bespielt werden sollte für verschiedene Veranstaltungen, die ja doch in der Scheune Läuber laufen. Und wir haben jetzt Landesmittel beantragt beim Landesministerium für Wissenschaft und Kultur, die auch bewilligt worden sind. Seit drei Monaten hängt jetzt das Display und es wird bespielt von den Vereinen im Damme und für Veranstaltungen im innerstädtischen Bereich und bei Veranstaltungen in der Scheune Läuber. Wir wollen uns auch nicht mit Fremdgeldern finanzieren, sondern es soll eine interkulturelle Veranstaltungs- LED-Seine. Mein Name ist Stefan Bernhold von der Firma BR Media in Damme. Wir bespielen die LED-Wand mit digitalen Daten. Zur Anlieferung der Daten, sei es Standbild oder Videosequenzen, können Sie sich gerne an uns wenden, info at BR Media.de.